Eine häufige Frage von Schülern ist, in Bezug auf die fünf Übungen des Wudan-Chigong, ob wir bei einigen Übungen die Fingerspitzen sich berühren lassen sollen oder nicht. Zum Beispiel bei der Reinigungsübung mit diesen Über-bei-ho-e-den-Geschichten oder auch bei der Naturübung, wenn wir die Hände zueinander nehmen, nach unten führen und so weiter, ist die Frage, Fingerspitzen berühren lassen oder nicht. Darum geht es heute hier in diesem Video. Schön, dass du dabei bist bei dieser nerdigen Detailfrage, die hier beantwortet wird. Und ja, dann legen wir doch gleich los. Das heißt, ich selbst leite die Vorgeschichte. Ich selbst leite die fünf Übungen immer so an, dass sich die Fingerspitzen bei den Übungen berühren. Das heißt, nicht die ganze Zeit, klar, wenn wir diese Naturübung, diese Bewegung, da berühren sich die Fingerspitzen nicht. Aber wenn die Hände zueinander kommen, auf verschiedenen Ebenen, dass sich dann die Fingerspitzen meistens nur der Mittelfinger oder manchmal auch von mehreren Fingern berühren. Und selbst im Wudang-Gebirge habe ich oft gesehen, dass sich da die Finger von den Tai-Chi-Meistern nicht berührt haben, dass sie so kurz voreinander waren. Und einige Schüler sagen dann, hm, für mich fühlt es sich nicht gut an, dass sich die Fingerspitzen berühren. Ich habe die lieber im geringen Abstand zueinander. Und warum leite ich dann immer an, dass sich die Fingerspitzen berühren? Und empfehle dir das auch, wenn du alleine übst. Weil wir durch unsere Körperhaltung im Alltag oft ein bisschen schief sind in der Wirbelsäule. Da fasse ich mir ganz besonders an die eigene Nase. Wenn du dir ein paar Übungsvideos hier anguckst, siehst du, ich stehe sehr oft leicht schief in den Schultern und so. Also das liegt einfach durch normale Alltagsgewohnheiten. Wenn du dann aber durch diese Alltagsgewohnheiten gar nicht merkst, dass du schief bist, weil dein Gleichgewichtssinn sagt dir, du bist kerzengerade. Von außen sehen alle anderen, ah doch, ein bisschen leicht Skoliose oder schief ist er. Das hat fast jeder Mensch. Wenn du mit geschlossenen Augen die Finger zueinander führst, dann würden die Finger wahrscheinlich aneinander vorbeigehen. Aber du hast das Gefühl, doch, du führst sie aufeinander zu. Sie gehen aber aneinander vorbei. Und wir versuchen ja eine Art von Symmetrie und Gleichgewicht aufzubauen. Und daher empfehle ich der Einfachheit halber, dass du die Fingerspitzen sich immer berühren lässt, weil du dadurch symmetrischer bist. Wenn du zum Beispiel diese Bewegung machst, die Fingerspitzen berühren sich, bist du im Zweifelsfall symmetrischer, als wenn du die Finger einfach nur so hältst und du merkst dann auf einmal von außen siehst du das, oh, das ist ganz schief, aber es fühlt sich für dich sehr gerade an. Und deswegen ist das auch einer der Gründe, warum sich für viele das nicht gut anfühlt, die Fingerspitzen sich berühren zu lassen, weil du dann sozusagen in eine relativ gerade gleichmäßige Körperhaltung gezwungen wirst, und nicht in deinem bisherigen schiefen oder gerade Gefühl bleiben kannst. Das heißt, durch diese Korrektur fühlt sich das eher immer so an, als ob eine leichte Spannung entsteht und nicht eine Entspannung. Und da sind wir wieder bei dem Knackpunkt. Das heißt, wenn man erst mal anfängt, denkt sich, das ist doch egal, Fingerspitzen dieser Zentimeter, das ist doch kein Unterschied. Doch, weil wir dadurch zu einer Korrektur kommen, die Spannung erzeugt. Und Spannung ist in dem Zusammenhang für viele ein Gefühl, wo sie denken, das ist meiner Übung nicht zuträglich. Ich will mich entspannen. Ich will, dass die Energie, das Qi besser fließt. Wenn ich mich aber zur Mitte hin korrigiere, in eine ungewohnte Körperhaltung, normal schief, entspannt, gerade in die Mitte, ungewohnt, dann ist dieses Gerade nicht, ah, jetzt bin ich gerade, sondern ich bin unter Spannung, es ist anstrengend, es ist nicht mein entspanntes Körpergefühl. Und dann denkt man, das ist falsch, denn ich brauche Entspannung. Und dann sagt man, dann gehe ich lieber wieder in das Körpergefühl und übe Sochigung, weil ich dann mich einfach besser entspannen kann. Ja, und das ist dann die Krux oder genau die Frage, wo ich dann dringend empfehlen würde, sich zu vergegenwärtigen. Das dauert nicht für immer und ewig, sondern das dauert ein paar Tage oder Wochen, dass du dich an eine geradere Körperhaltung gewöhnst. Und dieser Gewöhnungsaspekt, der dauert ein paar, wie ich sagte, ein paar Tage oder Wochen. Und da fühlt es sich dann eher nicht so stimmig an. Ja, da musst du dann mit ein bisschen Köpfchen in die Übung reingehen und auch wenn ein Gefühl sagt, ich will das nicht, ich will lieber schief und locker stehen als gerade und angespannt, dass du dann sagst, dass du dir nochmal klar machst, das kommt schon noch, die Entspannung. Ich brauche ein bisschen Geduld. Aber durch diese gerade Körperhaltung beginnt die Energie in mir grundsätzlich besser zu fließen. Die Organe werden wieder besser mit Ski versorgt. Und das wird sich bis hin in die Psyche und in psychisches Gleichgewicht äußern, dass ich mich wohler fühle, aufrechter bin, eine bessere innere Haltung habe. Und das spiegelt sich bis ins Denken und ins Fühlen wieder. Also ich wollte gerade sagen, flehe ich dich an. Nee, so weit gehen wir nicht. Mach, wie du denkst. Aber mein Tipp ist ganz stark, geh lieber durch diesen kleinen, mühseligen Umweg, auch wenn sie es im ersten Moment nicht unbedingt stimmig anfühlt. Und nutze diese Hilfe. Und wenn du wirklich weißt vor dem Spiegel, dass du kerzengerade bist, dann musst du tatsächlich nicht die Finger sich berühren lassen. Aber vielleicht bin ich auch nur ein besonders schlechter Qigong-Lehrer oder ein schlechtes Qigong-Beispiel. Aber selbst nach 20 Jahren, wenn ich einfach nur ein paar Stunden auf dem Sofa gesessen habe oder irgendeine Arbeit am Schreibtisch, ein, zwei Stunden oder sowas, und mich dann hinstelle, dann merke ich, da sind immer Mikroschonhaltungen, die sich ergeben haben und dass ich dann leicht schief werde und mich die Qigong-Übung dann von Durchgang zu Durchgang wieder langsam gerade rückt. So, also selbst mir, ich kenne das auch, passiert das auch. Gut, ich hoffe, dir hat dieser kleine, nerdige Hinweis geholfen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.